Was ist Geschichte? Die Stundenpläne selten eingehalten werden, wie es Olof Palme mal sagte. Oder ist Geschichte der beste Lehrer mit den unaufmerksamsten Schülern? Ein Zitat von Indira Gandhi. Meine Damen und Herren, Geschichte entsteht, während sie geschrieben wird. Sie wird zum Bestseller. Erlaubt in unserer Gesellschaft sind jeglich Ergänzungen, Zusatzkapitel, Anmerkungen. Wer Geschichte heutzutage erfolgreich neu schreiben will, dem bleibt nur die Hoffnung auf einen Überraschungserfolg. Meine Damen und Herren, mit den Archologen ist es dasselbe Kreuz. Die klassifizieren, buddeln, beschriften, säubern und machen, bis alles schön in die Schubläbchen der Geschichte, der Archologiegeschichte, unserer Geschichte reinpasst. Mich interessiert nicht, was in die Schubläbchen reinpasst. Mich interessiert alles, was ihnen nicht reinpasst. Das, was in den Archiven landet, das, worüber der Mandel der Vergessenheit gewinnt wird, das, was ignoriert wird. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn sie so ein tolles archäologisches Buch durchblättern, ein Fachbuch, ein Archäologiefachbuch. Sie lesen wunderbare Dinge, sie lesen unglaublich viel, was wir wissen. Sie lesen immer nur, was wir wissen. Ich suche die Sätze vergeblich, wo drinsteht, was wir nicht wissen. Ich suche die Fragezeichen vergeblich, wir lesen nur, was wir wissen. Und was wir wissen, ist so viel im Vergleich zu all dem, was wir eben nicht wissen. Erstes Bild, das, meine Damen und Herren, ist der Oberteil einer Axt. Mehrere solche Dinge wurden gefunden in China. Die wurden untersucht von Kito Lu, von der Harvard University in Cambridge. Diese Dinge, meine Damen und Herren, sind 6000 bis 8000 Jahre alt und sie bestehen aus Korunt. Korunt ist das zweithärteste Material auf dieser Erde. Das ist sauhart. Diese Dinge sind geschliffen und poliert. Wie können Sie Korunt schleifen und polieren? Nur mit etwas, was noch härter ist, aber das ist Diamant, das ist das Letzte in der Linie. Diese Dinge müssen mit Diamanten gestiftet worden sein, Minimum. Das Problem ist, auf unserer Erde, in unserer Geschichtsschreibung, in unseren Lehrbüchern steht, dass die erste Kultur, die Diamanten zum Schleifen verwendete, die alten Inder waren, ungefähr 500 vor Christus. Die Dinger sind 6000 bis 8000 Jahre alt. Und da frage ich mich schon, wie soll das sein? Das wurde wissenschaftlich publiziert von Peter Lu, der Zeitschrift Archeometry. Das ist eine sehr bekannte wissenschaftliche Fachzeitschrift. Und Lu, wortwörtlich, schreibt in seinem Aufsatz, er hat verschiedene Experimente durchgeführt, selbst mit den modernsten technischen Poliermethoden von heute, können wir keine ähnlich glatte Oberfläche herstellen. Ja, hallo? Da frage ich mich. Wenn wir es nicht einmal heute schaffen, wie haben die Chinesen das gemacht? Vor 6000 bis 8000 Jahren? Niemand weiß es. Sie lesen in der Fachliteratur, außer diesem Artikel, nichts. An der Uni hören Sie nichts drüber. Man kann es nicht erklären. Es wird weggeschoben. Nächstes Bild. Das ist ein Schwert. Wir bleiben im Moment in Kiela. 17 solche Schwerte wurden gefunden in den 70er Jahren in der Nähe der Grad-Tiramide des ersten chinesischen Kaisers. Der lebte so 200 vor Christus. Es wurde dort gefunden, wo die ganz berühmten Turmkrieger-Statuen auch gefunden wurden. Als man diese Schwerter ans Tageslicht holte, glänzten sie wie neu. Die waren messerscharf. Man hat sich daran geschnitten. Wie kann das sein? Die sind 2000 Jahre alt. Man hat sie untersucht und festgestellt, diese Schwerter waren verhormt. Die haben eine Chrom-Schicht drüber. Das schützte sie vor der Verbitterung. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Die erste künstliche Verkromung gelang der Menschheit laut Lexikon, laut Schulbuch. 1854 durch Elektrolyse. Die Chinesen haben 2000 Jahre früher schon verkromt. Niemand weiß, wie sie es geschafft haben. Und dann ärgere ich mich maßlos drüber, weil es hochinteressant ist. Dann haben sie so einen dicken Ausstellungskatalog über diese Objekte. Ich nehme als Beispiel einen von 1990 aus Deutschland. Da steht genau ein Satz zu diesem Schwert, zum Verkromungsprozess. Da steht, derartige mit Chrom und Salz durchgeführte Oxidationszufahren, eine Art Verkromung, wurden in Europa und Amerika erst in der Moderne entwickelt. In Kiela wurden sie bereits im dritten Jahrhundert vor Christus praktiziert. Punkt, Ausschluss, keine Erklärung warum, wie, man weiß es nicht. Das wäre das eigentliche Interessante an diesem Schwert, das zu untersuchen und vielleicht mal an die Lehrbücher umzuschreiben. Nehmen Sie ein Lexikon. 1854 wurde zum ersten Mal für Chromus. Quatsch, schauen Sie dieses Schwert an. Nächstes Bild. Das, meine Damen und Herren, ist eine Felszeichnung aus der Ignatiet-Kamöle im Ural. Das ist ein bisschen entfernt von Sverdlovsk. 14.000 Jahre alte Felsmalerei, es gibt so viel dort. Sie finden Mammut, Pferde, alles Mögliche. Und sie finden sowas, was wie ein Kamel ausschaut. Ich hoffe, Sie sehen es. Vorher in der Kopf, die beiden Höcker. Meine Damen und Herren, das ist die einzige weltweite Kameldarstellung auf dem Steinzer Bild. Oder in der Höhle. Es gibt keine anderen sonst. Und es gibt ein großes Problem, das ist 14.000 Jahre alt. Es gibt im ganzen Uralgebiet, gab es damals kein einziges Kamel. Kein einziges Kamel. Und dann frage ich mich, wer schlägt in dieses arme Viecht? Tausende von Kilometern weit ins Gebirge im äußersten Osten Europas, um es dann artgerecht porträtieren zu lassen. Woher wussten die von Kamel? Die dürfen gar nichts davon gewusst haben. Außer es stimmt etwas mit der Lehrmeinung wieder nicht. Das könnte sein. In der gleichen Höhe gibt es übrigens eine zweite Darstellung von einer fruchtbaren Frau. Was ist eine fruchtbare Frau? Die ist halt stilisiert, sehr üppig dargestellt. Und zwischen ihren Schenkeln führt eine Punktlinie zu einem Fadetier. Wenn Sie diese Punkte zählen, sind es mehrere Linien. Es ist exakt die Anzahl der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage der Frau vom Menstruationszyklus. Und das hat alles ein russischer Wissenschaftler untersucht, der Vladimir Sikorov von der russischen Akademie der Wissenschaften. Und er schreibt in seinem Fachaufssatz, den niemand je beachtet hat, auch, also die Tatsache mit diesen Punkten, die scheint gerade revolutionär. Denn das würde bedeuten, dass die Möhlenbewohner vor 14.000 Jahren bereits detaillierte Kenntnisse des Reproduktionssystems gehabt hätten. Das dürfen sie natürlich nicht, sie haben es auch gar nicht, in ihrer Schule stimmt alles nichts, reiner Zufall. Und ob das überhaupt ein Kamel ist, wissen wir auch nicht. Ganz einfach, Punkt aus. Aber auch das finden Sie nirgendwo in der Fachliteratur. Nächstes Bild. Das kennen Sie zum Teil, das ist das sogenannte Sternentor, Huerta de Haimaca in Peru. Ich möchte da nicht viel Worte drüber verlieren. Es ist ein Monument, oberhalb bei Puma in der Nähe, 16 Meter lang, 6,5 Meter hoch. Es kann auch schon AHS-Reisen dorthin. Was interessant ist, dieses Ding ist bis heute immer noch in Kalkreiseführer verzeichnet. Und ich habe ja nicht gesagt, ich will mal ein bisschen mehr darüber rausfinden. Kann doch nicht sein, dass man das nicht kennt. Ich habe immer wieder gehört, man weiß nichts drüber. Meine Damen und Herren, ich habe mir das Ohr Wurz telefoniert. Ich habe ein E-Mails rausgelassen. Ich habe wirklich telefoniert mit Spezialisten, Inka-Spezialisten, Archäologen, mit Instituten etc. Niemand, meine Damen und Herren, kannte dieses Ding. Niemand. Niemand hat es hier gesehen. Oh, das ist noch spannend. Oh, da ging es nichts drüber. Oh, wir wissen auch nicht, was es ist. Wie kann es in der heutigen Zeit sein, dass die Archäologen in Peru oder auch westliche Archäologen, in Kaperu, das ja sehr bekannt ist, nichts von dem wissen wollen. Interessanterweise haben aber die meisten Archäologen dann spekuliert. Ich habe ihnen die Bilder geschickt. Doch, das dürfte Inka-Zeit sein. Es könnte sogar aus der Vor-Inka-Zeit sein. Und es muss was Sakrales gewesen sein. Welche Bedeutung dieses Ding hatte, wissen wir bis heute nicht. Aber ich mag mich schon, wenn Sie ein Fachbuch über Peru nehmen, die archäologischen Kuriositäten, dieses Ding näher im Buch verzeichnen. Es wird nicht einmal erwähnt.